Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Motorvlog. Heute bin ich unterwegs, gerade 0 Grad, 0 Grad Außentemperatur, ein bisschen kalt, aber die Sonne ist so mega geil rausgekommen und ich habe mir überlegt, das ist, Alter, da kann ich geile Bilder machen. Ich habe mir überlegt, ein paar geile Bilder zu machen, weil so eine schöne Sonne wird es ewig nicht mehr geben, deshalb muss ich die ausnutzen. So, Privat, oh, Privatweg, egal, Privatweg, juckt mich nicht. Ein paar schöne Bilder von Lucille. Leute, seht ihr das? Lucille ist nackig, äh, nackig, was? Nackig? Was habe ich denn schon wieder? Oh, die Sonne, ne? Das sieht so porno aus. Eine kleine Runde mache ich auch nur. Seal the seal, du sexy altes Biest. Achso, und ich hatte noch ein Thema, was ich ansprechen wollte. Und zwar, das Thema ist, ich bin nämlich am überlegen, wo ich ein Abo treffen. Also, ich werde dieses Jahr wahrscheinlich keine große Deutschlandtour machen, so wie letztes Jahr, aber ich werde trotzdem irgendwie mal irgendwo ein Abo treffen machen, wo ich noch nicht in der Nähe eins gemacht habe, beziehungsweise nicht anderen in der Nähe. Süddeutschland schließe ich damit erstmal aus, weil da war ich ja letztes Jahr. Also, alles, was nicht Süddeutschland ist, ich sag mal so, alles ab unter Frankfurt am Main oder so, wo ich dann, halt irgendwas, wo ich noch nicht war, so, sagen wir mal, Berlin oder irgendwo Nordsee, irgendwo Dresden, keine Ahnung. Die ganzen Städte, Hamburg, sag ich mal, Bremen und so, die ganzen, okay, meine Kamera habe ich hier in dem Ding, die ganzen Sachen kommen dafür in Frage, die ganzen Orte, Städte, wie ihr auch immer ihr sie nennen mögt. Und, ja, ich glaube, ich packe einfach mal, so, ich gucke einfach mal, ja, das kriege ich hin, ich mache so eine Art Strawpool, da könnt ihr abstimmen, Link unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann abstimmen, was ihr so haben möchtet, welchen Ort, ich packe einfach mal, welche Stadt, ich packe einfach mal, von denen, die in Frage kommen, packe ich einfach mal überall so, in jeder Region, so die größeren Städte, packe ich da so mit rein, von den Orten, stimmungsweise Bundesländern, die in Frage kommen. Da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, abstimmen und das, was mit den meisten Stimmen, da wird dann auf jeden Fall dieses Jahr ein Abo-Treffen stattfinden. So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier ein schönes Bild hinbekomme. Scheiße, oh nein, keine Speicher, scheiße, ich habe meinen Speicher gerade vergessen, ich habe mein Handy dabei, dann wird jetzt umfunktioniert, scheiße, also muss ich doch mein Handy benutzen, ja toll. Ist halt so, ist halt so, dann macht mein Handy jetzt die Bilder. Also würde mich freuen, wenn ihr da abstimmt, dann wisst ihr mal zumindest, wo ich ein kleines Abo-Treffen machen kann. Quadrat, wegen Insta, oder? Ich packe noch mal ein paar Bilder. Boah, das ist dreckig. Uh, privat wirklich chillig in meinem Leben. Ja, klar, läuft bei mir. So, nächster Spot hole ich mir jetzt erstmal rein. Ich habe gar nicht gecheckt, dass das Auto kam. Naja, also eigentlich, ich hasse das Rucksack anzuziehen, wenn man Lederkombi anhat. Eigentlich war es das schon mit dem Video so größtenteils. Ich wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur wissen, also ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich das geplant habe halt. Das Video kommt auch, ja, warum sollte ich so, warum nicht? Das Video, äh, das Video kommt direkt heute online. Ich schneide das gleich fertig, zack, zack, platz direkt hoch. Könnt ihr direkt mal loki, mal loki machen. Noch ein schönes Thumbnail. Perfekt. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie, ich hoffe, das sieht gut aus. Jetzt könnt ihr Trick 17 sehen. Motorrad gedreht. Kann er zaubern? Kann er zaubern? Ich weiß es nicht. Also, wenn ihr die Bilder sehen wollt, die ich jetzt hier die ganze Zeit, ich mache ja gerade Fotoshooting, so, sag ich mal. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, Instagram, unten in der Videobeschreibung, verlinkt. Folgt mir da, wenn ihr es noch nicht tut. Ich denke mal, die meisten von euch tun das. Äh, werden das tun. Yo. Ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen. Ich hoffe, ihr stimmt ab, wo ich hinkommen soll. Und dann, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motorvlog, Leute. Tschüssi. Nicht zu heiß werden, Lucille, du bist noch kalt.